Hallo, liebe Tiefsee-Freunde, zu einer neuen Ausgabe von FIFA 22. Wir spielen heute Eintracht Frankfurt gegen die Spielvereinigung Reuter Fürth. Ja, ich bin gespannt, was wir heute erleben werden. Wenn es euch gefällt, dann bitte einen Daumen da lassen, das Abo nicht vergessen und rechts um die Playlist für alle weiteren Partien von FIFA 22. Ja, wir schauen uns jetzt gleich noch die Aufstellungen an und dann kann es losgehen. Die Nummer 2, Evel Nedinke, die Nummer 8, Gibril Zell, die Nummer 10, Philipp Kostig, die Nummer 15, Denji Kamala. So, Handshake darf nicht wählen. Jetzt noch die Gäste. So, wir spielen wie immer auf Profi-Level und die Heimmannschaft. Und jetzt kann es endlich losgehen. Frankfurt in schwarz, Fürth in weiß. Und jetzt schauen wir mal, was wir hier zaubern werden. Unsere Vorgabe, wie immer zu Null zu spielen und Defensive vor allem sicher zu stehen. Ja, schöner Ball. Klasse auf Lindström, Lindström. Da läuft keiner mit. Muss alleine machen. Ja, Freunde. So, pass auf, klasse. Wunderbar. Kamera da. Natürlich sind wir besser als unsere Gegner. Das ist klar, deswegen muss man heute gewinnen. Alles andere wäre peinlich. Wie will ich mal sagen. Schön gemacht. Komm, 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 komm. Package. Oh je. Das ist schon ein Fehler. Für den Aufbau. Oh je, 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 Vorsicht. Wie hast du schon, ne? Nein. Kostig, Spaß da auf. Klasse. Eieieieieieiei. So nichts, Freunde. So nichts. So nichts. So nichts. So nichts. Rüich. Oh je, meine Eieie. Rüich. oder so genau so geht es auch klasse ball der war zu steil da vorne ja das kann besser sein vorsicht das wunderbar Danke, Leute. Ja, ja, ja. Gibt es Eckpahre? Oder was? Die Abflag. Er ist zurück. Oh, Linde. Er knauft er mit dem Schuss. Ball. Oh, schöner Kopfball. 1-0. So einfach geht's. Ins lange Eck. Wunderbar. Sehr gut. Fängt gut an. Durch. Sei gut. Da. Immer geht's auch nichts. Oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann. Rapp. Gerade noch. Eckpahre. Halbe Stunde gespielt. Raus mit der Kugel. Ein Stoß. Na, nicht ungefährlich. Dass er jetzt... viel Platz hat er so. Ein Wurf. Schöner Ball. Blau von der anderen Seite mal. Okay. Schön gemacht. Schön gemacht. Guter. Schöner Ball auf Knauf. Schön gemacht. Schön gespielt. sick. Iuiuiuiuiuiuiuiuiuiui. Voll spannen. Volles Risiko. Über die Latte. Gut. 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 Klasse! Oh, nein, nein! Wunderbar, jetzt spiel einmal! Werte! Kamada! Aber so spinnst der Winkel! Gleich ist Halbzeit! Vorsicht, kein Konter jetzt einfangen! Vorsicht, langsam, wir haben Zeit! Blastin an der Umgrenzung! Klasse verteidigt! So muss man es machen! Halbzeit! Aber ohne uns! Es geht ja weiter! Mit der nächsten... Mit der zweiten Halbzeit... Klasse! Lauf! 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 Oh komm, es gibt Eckball! Neue Nacht! Lauf! 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 Der Halbzeit! Lauf! 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 Der Lupfer auf Kamada. Beinahe hätte es funktioniert. So, nächster Eckball. Nee. So nicht. Lindström, Lindström. Oh, mein Ehren. Steht da noch einer dazwischen? Kann es nicht sein. Ja, Freikampf geht. Rauf. Genau so machen wir es. Ja, Getsch. Ja, schon auf alle deine Lauf auf Kamada wieder. Der hat viel Platz. Der hat viel Platz. Der hat den Ball an Meierhöfer. Nein. Nika. Sicher, ruhig. Genau, wunderbar. Lindström verliert die Kugel. Unnötig. Wunderbar, jetzt der D-Sekunde da. Komm. Die Mitte. 2-0. Doppelpack. Wunderbar, wir spielen fast in die Mitte. Gerade noch. Wir stehen wieder sicher. Wenn es weiter geht, können wir bald mal die nächste Stufe aussuchen. Aussuchen, aber ich weiß genau, da wird es wieder richtig lustig. Bis jetzt macht es viel Spaß auf dem Profi. Aber wir wollen natürlich besser werden, ist klar. Wunderbar, komm. Ey, 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 ey. Wird doch nicht. Nee. Ja. Wir wechseln mal. Das ist der neue Mann. Oh, super Banane hier. Oh, super Banane hier. Lindström. Oh, super gemacht. Hier, schön mitgenommen. Leider verzogen. Noch 20 Minuten knapp. Ah, jetzt ist es drin. 3-0. Wieder super Vorarbeit. Und dann mit Köpfchen und Übersicht. Und dann mit Köpfchen und Übersicht. Klasse. Und dann mit Köpfchen und Übersicht. Ach, abseits. Ja, mal abseits. Nächster Wechsel. Vorsicht. Ja, der ging nicht. Der war zu optimistisch. Oh, Leute, da steht er frei. Was ist los? Oh, das ist Hauswechle. Fertig jetzt. Jetzt gibt es den Eckball. Huff. Okay. Ja, warum nicht? So, Abschlag. Fühlen wir das Pantchen nach vorne. Und nicht so ein Käse, bitte. Vorbeigezogen am langen Eck. So, noch vier Minuten ungefähr. So muss er laufen, genau. Sehr gut. Abseits Lellenström. Na, wir kommen da. Na, wir kommen da. Klar, ich bin abseits. Ja, so, Nachspielzeit, wieder sumberän gespielt heute, gut, der Gegner war jetzt nicht so stark, aber trotzdem, Defizit, eine wunderbare Arbeit jetzt wieder, das war's, 3-0, wenn's euch gefallen hat, dann bitte den Daumen da lassen, Abo nicht vergessen und ansonsten teiln, weiterempfehlen, überall da, wo es um Fußball geht, hier auf diesem Kanal, ja, ist Fußball großgesnümen. Ja, und dann zeige ich jetzt, vielen Dank, jetzt kommen noch die Highlights und dann bis zum nächsten Mal. Tschüüüüüüüüüün. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja.